Die 4 besten OnePlus Earbuds Produkte im Vergleich Ich habe mir die Bluetooth Kopfhörer gekauft und bin unglaublich zufrieden mit meinem Kauf. Die Klangqualität ist fantastisch und die Ohrhörer sitzen perfekt und bequem im Ohr. Ich bin sehr beeindruckt von der langen Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und der Geräuschunterdrückung, die es mir ermöglicht, mich auf meine Arbeit oder mein Studium zu konzentrieren. Außerdem verfügen die Kopfhörer über 4 Mikrofone und eine LED-Anzeige. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde die Kopfhörer jedem empfehlen, der unterwegs oder im Büro Musik hören möchte. Ich habe mir die Soundcore Live A1 Bluetooth Kopfhörer für den Sport zugelegt und bin absolut begeistert. Die Ohrhörer passen perfekt in meine Ohren und fallen beim Sport nicht heraus. Der Klang ist großartig und kann dank individueller Sound-Einstellung weiter angepasst werden. Der Akku hält zudem bis zu 35 Stunden, was ideal für lange Läufe ist. Das kabellose Aufladen und der erste PX7 Wasserschutz machen diese Kopfhörer noch attraktiver. Die Tastensteuerung ist einfach zu bedienen und lässt mich meine Musik während des Trainings ohne Unterbrechung steuern. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertigen Sport-Kopfhörern ist. Ich bin begeistert von den Sony Link Buds as Truly Wireless Noise Cancelling Headphones. Der Sound ist klar und kräftig, das Noise Cancelling funktioniert hervorragend und die Bluetooth-Multipoint-Verbindung macht das Wechseln zwischen verschiedenen Geräten kinderleicht. Die Batterielaufzeit von bis zu 20 Stunden mit dem Ladecase ist bemerkenswert und das integrierte Mikrofon und Alexa-Optimierung machen es einfach, Anrufe entgegenzunehmen und Musik zu steuern. Auch das Design in schwarz ist ansprechend. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der nach einer kabellosen, geräuschunterdrückenden Option sucht. Ich habe die Apple MFI-zertifizierten AirPods Pro Wireless Earbuds ausprobiert und bin wirklich begeistert. Die Touch-Steuerung funktioniert einwandfrei und die Geräuschunterdrückung ist beeindruckend. Die Ohrhörer sitzen bequem und sicher im Ohr und das integrierte Mikrofon sorgt für klare Anrufe. Das Ladegehäuse ist kompakt und praktisch für unterwegs. Die Verbindung mit meinem iPhone und Android-Gerät war einfach und stabil. Der Preis mag hoch sein, aber die Qualität und Funktionen machen es definitiv wert. Ich empfehle die AirPods Pro jedem, der auf der Suche nach einem hochwertigen kabellosen Headset ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.